Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Karate Andi, A$AP Kotti. Das letzte Album von Karate Andi Turbo erschien im Mai 2016 und liegt somit schon mehr als drei Jahre zurück. Jetzt steht sein drittes Soloalbum an. A$AP Kotti beinhaltet 13 Tracks und keinerlei Features. Das Album kommt über Selfmade Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Antifuchs, Loveweed und Mittelfinger. Im Jahr 2018 erschien mit Stola das Debütalbum der Rapperin. Nun ist es an der Zeit für ihr zweites Soloalbum. Loveweed & Mittelfinger kommt mit 21 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Crystal F, Frauenarzt und Pedas. Das Album kommt über Warner Music Germany und erscheint als Vinyl. Genetic Outer This World Outer This World ist das eigene Label von Genetic. Das letzte Album, YALA, erschien im Oktober 2018. Ziemlich genau ein Jahr später erscheint nun ihr neues Album, welches den gleichen Titel wie auch ihr Label trägt. Outer This World beinhaltet 12 Tracks und keine Features. Das Album kommt über Outer This World und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. 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 Ciao.